Du hast auch fröhliche Piepser für mich, Kumpel? Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. Wird schon schief gehen. Der Flucht aus der Schlachtschule. Er fliegt aus der Schlachtschule. Alles klar, schalten die Jetschütze aus. Der Zielanschluss beginnt. Verstandsfeder. Mann, die haben das Ding echt mit Geschützen zuge... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Werdوم, ich glaube, ich hätte da... Oder? Skvörer. 1300 1 1 1 1 1 1 1 1 Ja. Sie können nicht entkommen, oberster Anführer. Denn die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Grrrr. Der kassiert auch nur. Gut gemacht, Kumpel. Finn, nackt, undichter Beutel, was? Finn, Finn, alter Freund. Wie schön dich zu sehen. Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Komm mit. Fuck. Hm? Das ist Snopes Schiff. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Es ist... ...und der Fall aus den Fall der Räumpen. Der sozusagen ... In der Schiff. Ein Erlang. Ein Biest mit Dangel. Noch ein paar Trottrücken. Kommt ihr erst die Fettungskapseln? Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurück kommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperr dich ein wegen Desertation. Ich wollte nicht desertieren. Ich muss meine Freundin warnen, dass wir sie verloren haben. Was? Come on.